Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um Kurzschwung und die Kurzschwungtechnik und wie man diese verbessern kann. Das Video wurde mehrfach gewünscht und dementsprechend wollen wir dem jetzt auch mal nachgehen. Jetzt habt ihr gerade schon mal ein paar wunderschöne Kurzschwünge gesehen, doch die Frage ist ja erstmal, wie taste ich mich da ran? Und ich würde erstmal nicht mit Kurzschwüngen anfangen, sondern eben mit so längeren Radien und erstmal den Ski kennenlernen. Also wie ihr sehen könnt, fahre ich ja hier einfach auf der Kante und nehme einfach den kompletten Skiradius mit. Das ist natürlich noch kein Kurzschwung, sondern ein Carving-Schwung jetzt. Allerdings sollte man die langen Radien schon beherrschen und eben auch so ein bisschen Gefühl für den Ski haben, also dieses auf der Kante fahren, beherrschen und sich dann erst an den Kurzschwung ranwagen, ansonsten wird man relativ frustriert sein. Und beim Kurzschwung selber ist es dann einfach wichtig, dass man sehr schnelle Bewegungen macht und den Ski so zurückkommen lässt. Ihr könnt ja sehen, dass mich der Ski richtig so ein bisschen wegspickt. Und so ist es zum Beispiel eine gute Übung, dass man hinten die Skienden leicht hochkommen lässt. Seht ihr das? Die berühren manchmal den Boden nicht mehr. Dadurch habt ihr dann eine recht gute Lage und lasst euch auch so richtig schön rausspicken aus dem Schnee. Also diese Hochtiefbewegung ist unglaublich wichtig und dass es euch eben so zurückspickt. Aber jetzt würde ich sagen, lasst uns doch erstmal Schritt für Schritt anfangen. Wie taste ich mich an den Kurzschwung, wenn ich jetzt die langen Radien schon beherrsche und eventuell auch schon so leichtes karben im flachen Gelände, wie taste ich mich dann an den Kurzschwung ran? Also ich würde erstmal in einem eher flacheren Gelände, wie ihr ja sehen könnt, wo ich fahre, also im grünen Anzug, da ist es noch nicht so steil, da ist es vielleicht nur so, das ist eigentlich so ein Anfängerhügel sogar, aber das reicht schon aus. Dann habt ihr nicht diese Panik, dass ihr nicht genug stoppen könnt, weil das ist beim Kurzschwung so ein bisschen die Sache. Bei den langen Radien habt ihr ja quasi diese ewige Querung, in der ihr dann auch wieder Geschwindigkeit verliert und dann macht ihr den Umsetzen, also den Kurvenwechsel und dann habt ihr wieder eine Querung, in der ihr wieder ein bisschen nach oben steuern könnt, den Hang und dadurch wieder Geschwindigkeit verliert. Beim Kurzschwung habt ihr das ja eben nicht, da geht es wirklich zack, 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 zack und wenn ihr da nicht genug kantet, dann werdet ihr schneller und schneller und dann verliert ihr dann die Kontrolle und habt natürlich Angst und das klappt nicht. Deswegen erstmal im nicht zu steilen Gelände anfangen und eben wirklich versuchen, zack, zack, umsetzen, 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 diesen Schwung mitnehmen, den Druck, also ihr drückt euch richtig rein, die Kante macht wie so ein Hockeystopp beim Schlittschuhfahren, also wer von euch Schlittschuhfahren kann, Hockeystopp beim Schlittschuhlaufen fühlt sich so ähnlich an, also ihr haut die Kante rein und nehmt dann diesen Druck, den euch der Ski gibt, ihr fühlt es richtig jetzt, mehr Druck drauf, ihr seid in den Knien und dann lasst ihr euch so rausspicken, geht hoch und lasst euch in die nächste Kurve reinspicken und übt das aber trotzdem im Flacheren, da habt ihr zwar nicht ganz so viel Druck, aber auch nicht diese Panik, dass ihr plötzlich immer schneller werdet, weil ihr müsst da wirklich richtig die Kante reinhauen, dass ihr dann auch bremst beim Kurzschwung. Der Sinn, wenn man das richtig beherrscht ist, dass man immer gleich schnell bleibt und nicht oben langsam anfängt und auf einmal in den langen Radius wechseln muss, sondern man soll konstant immer mit der gleichen Geschwindigkeit zack, 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 zack und erst dann darf man sich so schimpfen, dass man wirklich Kurzschwünge fahren kann. Genau, jetzt fangt ihr erstmal in diesem flacheren Terrain an und tastet euch da eben ran mit diesem zack, zack, zack. Wenn es noch nicht funktioniert, dann probiert einfach so richtig schön parallel zu bremsen, ihr fahrt Schuss und dann zack, einmal parallel bremsen. Und wieder dasselbe in grünen Schuss, andere Seite zack, parallel bremsen. Und erst wenn ihr das dann richtig beherrscht, dann wirklich zack, 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 versucht das aneinander zu reihen. Versucht auch unbedingt, dass die Knie parallel bleiben, also nicht irgendwie so X-Beine machen, das ist oft so der Versuch. Und dass ihr eine schöne Lage habt, so wie bei den längeren Radien. Der Arsch geht zur Piste, der Oberkörper geht raus und so könnt ihr dann richtig schön Druck auf die Kante aufbauen und natürlich aufkant. Reitet das eben, wie gesagt, aneinander und schaut mal, ob das schon funktioniert. Und ganz wichtig dabei ist dann, macht vielleicht eine Aufnahme oder lasst jemanden schauen, wie das ausschaut, dass ihr den Oberkörper nicht mitnehmt. Also der Oberkörper, der bleibt immer gerade. Das passiert wirklich nur in den Beinen, was dann passiert. Oberkörper gerade, die Beine zack, 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 die arbeiten. Und der Oberkörper hat eben vorne zu bleiben. Also auf keinen Fall so zack, zack, zack. Dann seid ihr auch viel zu langsam, dann wird es nicht klappen. Sondern Oberkörper immer gerade aus und total. Und nur die Beine arbeiten unten und lassen den Ski quasi auf die Kanten. Dazu zeigen wir jetzt euch gleich noch eine Übung, wie ihr dann wirklich sicherstellt, dass der Oberkörper auch wirklich gerade bleibt. Und wir wollen dann im Verlauf auch noch mehrere Übungen abfilmen. Aber jetzt erstmal wollten wir so eine grobe Einführung machen, weil das eben schon öfter jetzt gewünscht worden ist. Und wir dachten dann, wird es Zeit, dass wir das jetzt auch wirklich mal machen. Und die Übungen, die man dann ansonsten noch machen kann, die folgen dann in den nächsten Videos. Aber eine wichtige Übung, die haben wir für euch schon abgefilmt. Und die möchte ich euch jetzt auch gleich noch zeigen. Die könnt ihr dann im Flachen schon mal machen. Euch dann eben ans steilere Gelände rantasten. Wieder erstmal ausprobieren. Die Übungen erst, wenn es schon ein bisschen funktioniert. Ich finde, man ist sonst einfach noch verwirrter. Also man ist ja dann gewohnt, man hat die Stecken und man ist gewohnt, wie man sonst fährt. Und wenn man dann plötzlich mit der Übung anfängt und nicht mit den gewohnten Sachen, dann klappt es fast noch schlechter. Deswegen erstmal ein bisschen rantasten und schauen, wie es läuft. Und dann mit den Übungen versuchen, das auszubessern, was eben noch nicht so funktioniert. Und dieses Oberkörper bewegt sich mit Problemen. Das hat fast jeder. Auch wir, wenn wir uns nicht total zusammenreißen. Und deswegen jetzt wirklich die Übung. Jetzt habt ihr die Übung gerade schon mal in normaler Geschwindigkeit gesehen. Jetzt zeige ich sie euch gerade nochmal in Slow-Mo, damit ihr vielleicht besser sehen könnt, was da tatsächlich passiert. Ihr haltet die Stöcke in waagrechter Haltung vor dem Körper und sperrt so ein bisschen den Oberkörper, sich zu viel mit zu bewegen. Die Stöcke sollen immer ins Tal runter schauen. Also wirklich wie so eine Walze immer so quer zum Tal runter gehalten werden und sich überhaupt nicht bewegen im besten Fall. Und nur die Beine arbeiten unter den Stöcken hindurch. Also die Hauptarbeit passiert in Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Und der Oberkörper bleibt wirklich möglichst gerade. Ich mache diese Übung ruhig öfter. Das hilft total. Und nur wenn es gut funktioniert, dann funktionieren die Kurzschwünge auch so richtig gut. Eine weitere sehr ähnliche Übung, die ihr ja auch schon gesehen habt, zeige ich euch jetzt auch nochmal in Slow-Mo. Da haltet ihr die Arme einfach ins Tal runter, aber ohne, dass ihr den Stock in der Hand habt. Und versucht natürlich auch, dass der Oberkörper stabil bleibt und auch die Hände einfach stabil ins Tal runter schauen, ohne rumzuzappeln. Und die Arbeit passiert natürlich genau wie bei der anderen Übung, nur aus Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Und der Oberkörper bleibt komplett still. Hier seht ihr jetzt nochmal schön, dass eben wirklich nur die Beine arbeiten und dass ich den Schwung so ein bisschen über den vorderen Teil des Skis laufen lasse. Also die hinteren Enden leicht abheben manchmal. Und so habt ihr eben diese perfekte Haltung mittig über dem Ski und auf keinen Fall in Rücklage und könnt richtig agil die Schwünge machen. Und so funktioniert der Kurzschwung einfach am allerbesten. Probiert das unbedingt mal aus. Für das Erste soll es das zum Thema Kurzschwung gewesen sein. Das ist aber wirklich ein super wichtiges Thema und es gibt auch sehr viele Übungen dazu. Und obwohl es ja eigentlich recht simpel aussieht, wird da doch immer recht viel falsch gemacht. Deswegen wollen wir noch ein zweites Video für euch machen und eben noch weitere Übungen vorstellen. Vielleicht auch noch den Kurzschwung im Gelände aufgreifen. Und ja, zeigt uns doch gerne mit einem Daumen nach oben, dass euch dieses Thema gefällt und interessiert und wir ein weiteres Video dazu machen sollen. Wir würden uns sehr freuen. Abonniert doch auch gerne unseren Kanal. Dann seid ihr immer mit dabei. Wir nehmen euch ja auch mit auf Tour, also wenn wir einfach unterwegs sind und zeigen euch ein bisschen, was wir so erleben. Und ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn euch noch irgendwas zum Thema einfällt oder wenn es besondere Wünsche gibt. Wir versuchen da wirklich drauf einzugehen. Natürlich haben wir auch alle irgendwie Familie. Da schreibt mein Kleiner. Und müssen das auch unter einen Hut bekommen. Aber ansonsten versuchen wir wirklich auf das einzugehen und freuen uns immer über Kommentare, natürlich über Daumen nach oben und einfach was von euch zu hören. Dann bis zum nächsten Video und ab auf die Piste. Der Schnee könnte kaum besser sein. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.